Hallo, mein Name ist Florian Feldmann und ich arbeite seit vier Jahren bei den Dörken MKS-Systemen im Technology Management. In meinem Job geht es darum, Know-how zu unseren Produkten zu erarbeiten und verfügbar zu machen. Hier bieten wir beispielsweise auch Schulungen an, vor internen oder externen. Des Weiteren sind wir im Projektmanagement involviert. Hier haben wir die technischen Projektleitungen. Das heißt, wenn beispielsweise ein Kunde ein Bauteil zu beschichten hat, empfehlen wir hier die Oberfläche und testen diese nach den Kundenanforderungen ab. Generell sind wir eine Schnittstellenabteilung, das heißt, wir arbeiten eng mit den Sales-Kollegen, aber auch mit der R&D-Abteilung zusammen, um beispielsweise Entwicklungen voranzutreiben. Zuerst mal die Arbeitsatmosphäre. Man hat das Gefühl, dass die Leute hier gerne arbeiten gehen. Dann die flachen Hierarchien, die uns Mitarbeitern die Möglichkeiten geben, uns selbst zu verwirklichen und auch was zu bewirken. Und besonders hervorheben würde ich noch die Möglichkeit, die die Firma uns bietet, uns als Mitarbeiter. Das fängt bei einer Betriebssportgemeinschaft an und endet bei individuellen Weiterbildungsmaßnahmen. Das fängt bei einer Feierung. Das fängt bei einer Betriebssport – Schöpfle, Verschledzieert.